So, grüß euch. Das ist jetzt das erste Mal, dass ihr Lied aufnehmen. Ich bin vielleicht ein bisschen nervös, aber ich mache das jetzt für meinen Goden. Die feiert jetzt den 80er. Und ich bin jetzt kein toller Textdichter, aber ich bin gar kein Melodiedichter. Deswegen bedanke ich mich für die Melodie beim Bob Dylan, von dem ich mir das jetzt ausleuche. Ich hoffe, dass der Text dann euch auch gefällt. An wen haben die Eltern denn denkt, wie's so war, dass du auf die Welt gekommen bist? Wer hat die Kreuen dann bei deiner Dorf, wie du Gottes Kind worden bist? Und wer war dabei und hat für dich bürgt, wie aus dir ein Christ worden ist? Die Antwort, mein Freund, ist klar, das ist gut. Die Antwort ist klar, das ist gut. Wer hat dir oft bei nem Besuch was Gutes gebracht, und dann bist du so richtig erblüht? Wer hat dann gelacht, dass am Herz warm worden ist? Ja, gern hat's dich, das hast du gefühlt. Und von wem sind Martina, Elfriede und Heinz, mit denen du so gern hast gespült? Die Antwort, mein Freund, ist klar, das ist gut. Die Antwort ist klar, das ist gut. Wer hat's jetzt geschafft, dass so viel Leute da sind, und feiert ihr Nachtgut so schön? Wer bringt uns zusammen, heraus nah und aus fern, dass wir uns wieder mal sehen? Wer sorgt dafür, dass wir heut den Frieden beieinander sind, mein Herr, Gott, sein Segen? Die Antwort, mein Freund, ist klar, das ist gut. Die Antwort ist klar, das ist gut. Danke.